Frau Kächele! Frau Kächele! Was, Frau Peters? Guck jetzt mal, was da liegt! Uh, Frau Peters! Klotzen Sie noch, da, auf dem Boden! Ha, das gibt's nicht! Ha, das ist ja unglaublich! Ha, das gibt's nicht! Das ist eine unglaubliche Sauerei! Es liegt ein Dildo an dem Strand, einsam, leer und abgebrannt, ohne Paddreh und ohne Schwung, der Dildo ist halt nicht mehr jung! Auch wenn man sich eine neue ausbeugt, all den Dildos gehörig entsorgt! Manchmal freut man sich so sehr, doch es ist doch Akku leer! Auto, Pfarrer, Predizentum, es liegt ein Dildo ohne Strom! Ohne Batterie soll er sein, und umweltfreundlich obendrein! Ein Doppelstab mit Raum drin, das ist doch Öko-Lustgewinn! Ein Doppelstab mit Raum drin, das ist doch Öko-Lustgewinn! Der Dildo! Der Dildo! Wofür doch heu ein Baumwunsch da mit einem Hummel drin, das isch doch im Kuhlisch-Gewinn. Ohne Batterie soll er sei, und umweltfreundlich unrein. Ah, Frau Keggeli, spielen Sie ein bisschen Klavier? Ja, Frau P, doch das sind bloß ein paar Fingerhüter. Ah, geil, geil, Frau Keggeli, das isch ja voll geil. Ah, sie spielt wunderbar, Frau Keggeli. Ah ja, Frau Peters, gekonnt, isch gekonnt. Isch ja voll geil, aber hauptsache, hauptsache, der Beat isch korrekt, gell, der Beat. Na, tanzet sie ein, Frau Peters, tanzet sie. Geil! Geil, 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 sie isch voll geil. Ah, 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 ah. Es liegt ein Dildo im Regenwald, abgeschlafft und durchgeknallt. Rostig er auseinanderbricht, umweltfreundlich ist das nicht. Und mir fragt, welches Schwein lässt den Dildo so allein? Ein Baumwunsch da mit einem Hummel drin, das isch doch ökologisch gewinn. Ohne Batterie soll er sein und umweltfreundlich um ein Drei. Ein Baumwunsch da mit einem Hummel drin, das isch doch ökologisch gewinn. Ohne Batterie soll er sein und umweltfreundlich um ein Drei. Ein Baumwunsch da mit einem Hummel drin, das isch doch ökologisch gewinn. Ohne Batterie soll er sein und umweltfreundlich um ein Drei. ARD Text im Auftrag von Funk